Ne, das brauchen wir aber zum Krabbeln. Nicht, nicht beißen. Ja, dann legt einfach mal los. Weil jetzt ist das zu tief, oder? Ne, da kümmert sich wirklich drüber. Ihr müsst euch nie ein Mikrofon kommen. Dann kriegt der von uns eine Rückmeldung. Da kommt einer drüber. Nachher seid ihr eh in eurem Kopfhörer. Dann bekommt ihr eure Informationen direkt von uns von drüben. Jetzt, glaube ich, schalten wir so ein bisschen hin und her. Er ist aber soweit. Wir können jetzt eigentlich loslegen. Das Band läuft. Ich mach das so, dann hab ich glaube, ich bin jetzt zu euch. Genau, dann weißt du halt und können wir die über dich weitergegeben. Wir können also jetzt loslegen. Sag mal, wofür das ist, damit ich euch lebe? Ne, falls du einfach was sagen möchtest. Wer das sieht, dann wird es wieder schön. Beide. So. So wie sein, ne? Nein. Nein. Wenn ich aber hier singe kann, er singt immer so links rum. Ah. Ich hab keine Ahnung. Aber eher in seine Richtung, sozusagen. Moment. Genau das wollen sie. Aber drauf mit dem Teil. Pass auf, dass mir das wie ein Kopf klopft. Ich hau damit. Das ist perfekt. Genau das sind die ersten schönen Töne, die wir schon brauchen. Leon. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Achtung. Vorsicht. Oh, wie sieht das. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön, Schneid. Nein. Nein? Das ist so schön. Wie ist das. Wie ist das? Ah, gut! Brauchst du nur die richtige Stelle finden, dann geht das schon ab wie eine V1. Also, wissen wir was, dann machen wir das jetzt einfach, dann überspringen wir jetzt... Moment mal, die Übung, die mach ich dann lieber mit euch nochmal, wenn ihr alleine seid. Lass doch einfach mal, wir gehen mal direkt... Wir suchen direkt einfach mal das Lied ein bisschen an. Damit der Kleine mit ihm kommt. Au! Dinna! Dinna! Das soll Papa weh! Aber heute ist eine Ausnahme. Weil wir wollen jetzt vielleicht singen. Kommt immer wieder weiter. Ähm... Wasch mal! Ja! Wasch mal! Sprich du mal jetzt mit ihm. Ich hab deinen Kleinen hier. Hola! Hola! Und die Mami bringt dich jetzt ins Bett. Schatzl, Zeit fürs Bettchen. Heier machen! Leon ab ins Nest! Schatzl waschen und dann ab ins Bettchen. Los! Ja! Jetzt wird's mal noch die Zähnchen und dann geht's ab in die Haier. Genau! Ab ins Nestle und jetzt. Reicht's aber. Guck mal auf die Ohren. Schon spät genug heute. Los jetzt schlafen. Komm! Bis lieb! Ja! Es wird schon dunkel draußen. Kannst Tapu noch mitnehmen. Genau! Willst du Tapu mit ins Bettchen haben? Und ein Schnuffeltuch und dann machst du schön Dai Dai! Genau! Mach das Fenster schön zu, dass es nicht so warm ist und dann geht's ab ins Bett. So! Schlaf schön! Papa und Mama haben dich doll lieb. Ja! Haben dich ganz doll lieb Schatzi. Schlaf schön! Pussi! So jetzt geht's aber ins Bettchen. Oder sollen wir dann noch ein Liedchen singen? Oder Papa und Mama zusammen. So ein ganz kleines, schönes Schlaflied. Ja! Und dann wird aber geschlafen, ja? Noch ein schnelles Schlafliedchen und dann geht er ab ins Nest. Gute Nacht! Okay, hör zu! Okay, Schatzel, jetzt hör mal zu. Horsch! Kannst leise sein. Horsch mal zu! Sollst du hier nicht rumspielen hier irgendwo? Wir singen dir jetzt ein Lied! Na! Du kleine Wildsau! Schatzel, bist du müde? Wollen wir Haier machen? Ja! Noch? Ja! Wolltest du nicht Haier machen gehen? Ja! Nein! Das! 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 Schatzel! 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 Bist du Haier machen gehen? Ja! Wollen wir Haier machen? Oh! Oh! Bist du müde, Schatzel? Ach. Aыш! Schaubchen zählen? Ja, die Schaubchen. Die. Die. Das assemble. Siehst du die Schäfchen? Nein, nein, nein. Den sinkt doch auch immer zusammen. Versuch den so mit ihm. Warte rein. Oh, da müssen wir mal kurz runterlassen. Die werde ich mal nehmen. Schatz, komm mal her. Komm mal her. Was ist das hier? Das würde dann hier aus. Du hast das ja noch nie gesehen. Das würde dann hier auch. Gehen jetzt zur Ruhe und hier fängt Ruhe an. Leon! Wir müssen natürlich eh noch mal aufpassen, sonst macht er bei euch da hinten hier... Wir müssen mit Leon, wir müssen Leon damit hochnehmen. Ja?